Mich erinnert das immer an eine Veranstaltung, die ich mal mit Carola Bloch hatte, so um 89 rum. Dann haben so junge Leute gesagt, ja, aber das mit der Utopie hat sich doch erledigt. Und Carola Bloch hat gesagt, wie schade für sie. Und das, finde ich, ist der wichtige Satz zu erkennen. An der Utopie hat sich nichts verändert, sondern an dem, was wir eigentlich damit machen und was wir da rausnehmen wollen. Vielen Dank.